Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer aus ganz Deutschland bei Perspektivo. Vielen Dank. Unsere Herzen sind aus dem Rhythmus gekommen, dem Rhythmus der Mission Gottes. Unsere Liebe ist erkaltet, man bekommt ein enger Gefühl in der Gemeinschaft, empfindet starken Druck. Gottes Liebe gilt allen Menschen in Christus, will sie Menschen gewinnen, verändern und ihnen Heimat geben. Es ist unsere Berufung, dazu beizutragen, dass Menschen Christen werden und dass sie dankbar und in liebevoller Gemeinschaft Gott zur Ehre und ihren Nächsten zu heilen und wohl leben. Wie die Brücke aussehen wird. Ja, das planen wir, während wir die Brücke bauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.